Herr Messner, die Bustouristik Scherzer ist jetzt hier bei Ihnen wieder im Wendner Mausmuseum. Sie haben jetzt alle sechs Museen wieder auf, was mich sehr freut nach dem Lockdown, hat es uns ja alle schwer getroffen. Was bedeutet für Ihre sechs Museen der Bustourismus? Also es hat uns Touristiker, ob Busreiseveranstalter, Hoteliers, Restaurants, alle etwa gleich getroffen. Wir hatten Spesen, Spesen, Spesen und keinerlei Einkommen. Und das überlädt natürlich kein Unternehmen aus dieser Branche lange. Ein paar Monate geht, aber ewig darf das nicht dauern. Es wird sich einiges ändern, aber wir sind zuversichtlich. Sonst hätten wir nicht wieder aufgemacht, sondern hätten wir im Herbst einfach vorbeigehen lassen. Wir werden im Herbst auch noch Geld verlieren, nicht nur im Frühling, wo wir ja gar nichts machen konnten. Wir wollen wieder zurück. Es wird ein paar Jahre dauern, bis wir wieder auf das gleiche Level kommen. Und ich glaube sogar, dass der Bustourismus am Ende gewinnen wird. Also nicht als einziger Gewinner. Die Menschen werden mehr und mehr auf das Privatauto verzichten. Sie werden Carsharing machen. Das Fliegen wird abnehmen müssen. Fliegen wird teurer, eindeutig. Damit haben wir in den Altmann einen Vorteil, weil die Leute dann eher da hinkommen, als einen langen Flug nach Afrika, nach Nepal oder wohin auch machen werden. Ich will keine Voraussagen machen, das ist mein Gefühl. Wenn es wieder möglich ist, die Busse zu füllen, weil wenn der Bus natürlich auch nur ein Drittel oder die Hälfte besetzt sein darf, ist es eine Frage, ob sich das noch rechnet. Das kann ich nicht, die Rechnung kann ich nicht anstellen. Aber es ist sauberer, mit Bussen durch die Gegend zu fahren, als eben dementsprechend viele Privataussos durch die Gegend zu schicken. Wir haben ja vor kurzem große Proteste in Deutschland gehabt wegen dem Lockdown. Der Bustourismus hat sich da auch durchgesetzt, hat Förderung bekommen. Und jetzt kommt von unserer Seite immer mehr auch die Forderung, der Bus ist das umweltfreundlichste Fahrzeug, das sich im Tourismus bewegen kann, hat aber einen steuerlichen Nachteil von 19% Mehrwertsteuer, was sie in Deutschland zum Beispiel zahlen müssen. Man fordert, man will 7% haben, wie es die Bahn schon hat, die nicht so umweltfreundlich fährt. Und das ist auch im Konjunkturprogramm der Bundesrepublik festgeschrieben worden, dass man für die Umwelt mehr tut. Ist das nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt, zu sagen, wenn wir Umweltschutz wollen, müssen wir ihn auch fördern, dann kostet das halt auch Steuergeld. Ja, aber die Frau Merkel, die Kanzlerin, hat ja eindeutig erklärt, dass sie diese Pandemie, das Ende der Pandemie, nutzen will, sogar in Europa, nicht nur in Deutschland, um das Ganze umzusteuern auf mehr Ökologie. Und da muss eben der Bustourismus sich auch wehren. Das ist leider dieses übliche Spiel. Da muss eben in Berlin aufgetreten werden, man muss es klar machen, man darf nicht verlangen, dass die Politiker all diese Daten schon bei sich haben. Die müssen sie kriegen. Es muss ihnen bewiesen werden. Es ist auch das Kind mit dem Bad ausgeschüttet worden, als man plötzlich sagt, der Diesel ist eine fürchterliche Katastrophe. Ein sauberer Diesel heute, nachdem die Krise mit den kleinen Schwindeleien, die man gemacht hat, gelöst ist, ist mit das sauberste Fahrzeug, was es gibt. Wenn ich auf 100 Kilometer nur noch mal drei Liter brauche, dann kann ich nicht allzu viel verschmutzen im Verhältnis zu einem anderen Brennstoff. Und die Zahlen, was Elektromobilität, Wasserstoffmobilität, Benzin- und Dieselmobilität angeht, die muss man dann genau studieren, mit den ganzen Hintergründen, mit den Herstellungskosten, mit den auch Ballaststoffen, die am Ende übrig bleiben, um ehrliche Werten zu haben. Und da haben wir noch viel zu tun, vor allem mit dem Autonatenland Deutschland, ist da ziemlich noch Chaos in den Köpfen, der Herrschaft und der Politik. Wir haben mit vielen Tausenden von Busunternehmern ständig Kontakt und gerade jetzt im Lockdown-Phase auch die Sorgen von den Busunternehmern hautnah miterlebt. Haben Sie denn ein aufmunterndes Wort für die Busunternehmer, die jetzt alle neu planen, die auch alle wieder wollen und starten wollen und auch schon mit vollen Bussen wieder unterwegs sind? Haben Sie ein paar aufmunternde Worte für die Botschaft? Also zuerst einmal, wir sind froh über jeden Bus, der kommt. Das ist uns lieber als das einzelne Fahrzeug, weil wir einfach wissen, das ist sauber in der Summe gerechnet. Und ich bin überzeugt davon, dass die Busunternehmer am Ende der Pandemie mit einem kleinen, vielleicht auch einem größeren Vorteil aus der ganzen Sache aussteigen. Weil es mehr auf soziale Wege hingeht. Man will auch wieder gemeinsam reisen. Man ist so lange voneinander getrennt gewesen, dass man wieder sagt, warum soll ich nicht im Bus mit meinen Nachbarn reden, mit dem anderen reden und damit zu einem sozialen Nebeneinander kommen. Herr Wiesner, ich bedanke mich für das Gespräch und ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie dabei. Ein kleines Bergsteiger-Tröpfel vom Tegernsee darf ich Ihnen überreichen. Das ist extra für Sie, haben wir das mal machen lassen. Eine gute Zwetschge, eine schöne alte Zwetschge, das ist was Feines. Lassen Sie es Ihnen schmecken, bleiben Sie es noch, wie Sie sind. Und wir bedanken uns für das Gespräch und hoffen, dass wieder alles aufwärts geht. Danke. Sie müssen eben diese typische, wie nennt man das? Es fällt mir momentan nicht sein, Lobbyarbeit machen. Die müssen wir leider... Die Lobbyarbeit muss man, wer sie nicht macht, der... Kommt nicht weiter. Der kommt nicht weiter. Ja, aber wir sind dran und haben jetzt endlich auch geschafft, das hat der Lockdown bewirkt, dass sich die Busunternehmer in Europa auch kommunizieren und vor allem in Deutschland auch eine Einheit gebildet haben, wo die Politik jetzt hinhört, weil sie eben mit 4.500 Betrieben zu tun haben, die alle dasselbe Problem haben und nicht mit einem. Und das hat sich ja jetzt bemerkbar gemacht und auf diesem Weg wollen wir weiter. Ja, aber die Mehrwertsteuer ist ja auch auf Hoteliers überbrannt, oder nicht? Ja, es ist eine kleine Senkung jetzt drin, aber beim Bus hat man halt gesagt, der Umweltgedanke, den die Kanzlerin ja auch vorgegeben hat, ist beim Bus nicht umgesetzt worden. Der wird genauso besteuert wie jedes andere, obwohl er umweltfreundlicher ist wie die Bahn. Und da wollen wir hin, von 19 auf 7, dann funktioniert es auch in der Zukunft mit Busreisen. Und das wäre die beste Unterstützung. Ja, und Sie kriegen diese Prozente ja nur, wenn Sie den neuesten Bus haben. Ja, ja, den sauberten Bus haben. Ja, und dann kann sich jeder Busunternehmer ausrechnen, wie sich seine Fahrten besser kalkulieren. Und dann geht es auch wieder aufwärts. Danke. Gut, bitte. Danke.